Heute zeige ich euch, wie ihr Bananenshake selber macht. Dazu benötigt ihr eine Banane, 400ml Milch, 10-20g Zucker und so ein Handmixrührgerät. Zuerst wird von der Banane die Schale abgemacht und sie wird zu kleinen Stückchen gebrochen und in die Milch getan. Nun wird das mit dem Pürierstab gemixt. Anschließend wird der Zucker hinzugegeben und es wird noch mal gewechselt. Und schon habt ihr einen leckeren Bananenshake. Viel Spaß beim Trinken!